Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die heutige Challenge lautet, wer kommt schneller aus dem Haus ohne die Eltern zu wecken? Der Beginn des Spiels ist, ich liege hier und möchte aufstehen und soll aber nicht von meinen Eltern gehört werden. Also muss ich ganz ganz leise, ohne die Grenze von 70 Dezibel zu überschreiten, muss ich durchs komplette Treppenhaus bis ganz runter und dann aus dem Haus gehen. Wenn die Grenze von 70 Dezibel überschreiten wird, dann ist eine Strafe von zwei Sekunden. Man kommt hier aus der Tür und dann hat man hier praktisch einen kleinen Parcours, dass man hier von der Linie aus, von der Linie muss man durch diese zwei Balken treffen und wenn man diese zwei Balken getroffen hat, dann stoppt die Zeit. Bis dahin läuft die Zeit immer weiter. Terminergeò attacking adora reportiert waren die durch so also das ergebnis ist jetzt von ihm 27 5 9 einmal hat er die 70 dezibel grenze überschritten also 29 er hatte im normalen hatte er 27 29 aber laut aufnahmeprogramm hat er viermal die 70 die zivilgrenze überschritten und deswegen weiß ich zwei wochen sie kommen damit bin im endeffekt ich bin der sieger und ich war aber schneller er war schneller geschädlichkeit gehört auch dazu wir hoffen das video hat euch gefallen lasst einen daumen nach oben da oder schreibt uns video ideen in die kommentare und es ging so langsam aus ja bis bald